Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe von Let's Play Mario Kart Wii. Johnny, du musst auf nächstes Rennen rücken. Äh, nicht Johnny. Natürlich meine ich Ichiro LP. Ist doch schlössiger. Jaja, ich schon. Mario ist Piste. Dann können wir dich über Nacht hochladen. Über Nacht? Ja, ne? Oh, mein Bein ist eingeschlafen, Mama. Wenn du krank wärst und dich honeyball, dann wüssten die Leute jetzt was machen. Oh Gott. Du hast tot. Fick dich! Los! Alter, nein. Du bist scheiße. Mich hat gerade ein Riese überfahren. Achso. Deswegen bin ich so weiter... Achso, der Hund. Genau. Ach, den Magik. Halten sie ihren Hund zurück? Ja. Ja, fick dich doch! Achso, das ist Waluid. Ja, fick dich doch in den Astrupläne. Ich bin zweiter. Ja, fick dich doch in den Astrupläne. Nein! 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 Ich wollte es wieder nehmen. Jaaa, so leck mir doch den Jakon! Ich bin zweiter. Du zählst, den Jakon! Ja, wir machen wieder die Super Constellation. Yeah. Oh mein Gott, da war dieses Viech. Ich glaube ich werde fail. Über diesen, äh, ich hab das Gefühl. Ja, leck mir doch den Jakon! Nein, der hat mir nicht den Jakon geleckt! Ja, leck mich doch! Alter, zwei rote Panzer direkt hintereinander. Und ich hab irgendwie, ich hab ein Video beweist. Oh. Video beweist es immer so. Ja, sagt der Bram. Ja, du hast dich geschlagen. Ich hab ein Video gemacht. Haha, Didikon. Der wollte mich gerade überholen und da hatte ich roten Panzer. Oh, scheiße. Jetzt war dieses Gumba-Teil wieder. Ja, leck mich! Ja, leck mich doch wett! Ja, leck mich! Okay. Alter, 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 Alter. Wieder ein paar Panzer hintereinander. Die haben doch Anfänger an. Alles gut? Ja! Achso, das ist bei dir. Boah, ich hab ihn noch gewählt. Aber der schwule Unkraft! Der ist nicht schwul! Der sieht aber so aus. Ja, ne? Nein! 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 Ich mach das jetzt! Leck mich fest! Leck mich fest! Ja! 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 Guck mal, Waluigi ist Fahrlässer geworden. Das ist schon mal gut. Aber Todd ist... Ja, Todd... Da muss mal einer auf seinen Pilz hauen. Ja, wir führen! Und mein Bein ist immer noch eingeschränkt. Erstmal so, leck mich fest! Oh nein... Also, in der ersten Folge müssen wir jetzt erstmal das Zimmer mit einer Decke abdunkeln. Ja, das war total spannend. Ja, ich bin Erster! Oh, Baby Bitch! Oh, Baby Bitch! Oh, Baby Bitch! Hallo! Oh, du bist scheiße! Boah, Mann! Ich hasse die Kurven auf dieser Strecke! So übermäßig, ey! Boah, die gehen mir so auf den Sack, ey! Die Scheiße, die kann ich nicht mehr haben! Achso, das ist König Boohoo, okay? Das ist Bowser! Oh mein Gott, der hat bestimmt erholt! Boah, dafür gibt's Rache! Aber richtig fette Rache! Mann, ich hasse die Kurven auf dieser Strecke! Mann, ich bin schlimmer als Honeywoll, wenn's umdrehen geht! Nein, nicht in der Kurve! Nein, nein! Oh Mann, ey! Diese Baby Bitch hat mich überholt! Baby Bitch! Gib it to me, Baby! Hast du ja einfach von dem Gitter Baby wünschen! Alter! Alter! So, ich bin wieder Zweiter! Ich glaub, die Pflanze hat was gegen mich! So, da ist jetzt die Linkskurve! Sie hat an mich reingebissen! Ja, sie hat angebissen! Ich bin Erster! Scheiße! Na ja, sehr gut! Scheiße! Okay, der Hund! Oh nein! Nein, nein, nein! Leck mich! Leck mich fett! Leck mich fett! Wer sagt denn, dass das Bowser war? Weil der noch groß ist? Nein, aber das sind alle Gegner! So, jetzt ja! Das ist sowas wie Team Last Match! Ja! Ja natürlich! Jawoll! Ja! Es kann nicht um... Ja, Bowser! Ja, gib it to me, Baby! Weißt du, da wollte ich nicht an den Garten! Wegen dem Gras! Alter, wer du beißt! Voll! Ja! Diddy Kong habe ich auf der Ziegelrahmen nochmal überholt! Ich sag ja, die Pflanze fragt mich nicht! Und ich bin wieder Erster! Ich bin Dritter im Moment! Oh! Da, Baby Peach! Give it to me, Baby! Aha! Aha! So, ich bin wieder Zweiter! Ich bin Erster! Wie vieles Rennen ist das? 4 von 5 oder 3 von 5? Viertes, glaube ich! Ich komme mir vor wie ein 13-jähriges Kind! Wer er beißt! Wer hier beißt, ihr Schweine! Ja, die haben mich auch nicht gebissen! Da haben die dich gebissen! Nö! Nein, wer du beißt! Oh Gott! Wie ich hörst du richtig! Aha! Aha! Give it to me, Baby! Ja, Erster! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Oh! Hey, König Bohu ist Dritter! Dann sind wir vielleicht noch besser! Ja, das ist gut! Das ist sehr gut! Alter, ich habe 60 Punkte! Guck mal! Drei von den Roten sind Letzte! Oh, Baby Mario Letzte! Oh! Waluigi hat sich wieder gebessert! Aber ist insgesamt Letzte! Ja, gib it to me, Baby! Aha! Aha! Give it to me, Baby! Aha! Aha! Oh nein! Ah ne, besser als Regenbogen! Nein, eigentlich geht die! Du musst nur in der Mitte fahren! Solange du in der Mitte fährst, geht alles! Oh, mein iPad ist schon wieder eingeschrieben! Das gibt's ja noch nicht! Give it to me, Baby! Aha! Aha! Bist du oben? Oh, das bist du! Nein, die fahren nicht oben! Ich... Zack, Zack! Damit die Zuschauer auch was sehen können von der scheiß Strecke! NEIN! Sag mir nicht, du bist abgeprätzt! Nein, ich bin hinter dir! Wow, wow, wow! Ich bin direkt hinter dir! Jetzt bin ich vor dir! Jetzt kommt ein Lass! Ja, weil du ein... Jetzt kommt eine Bombe! Weil du ein schnelleres Ding insassst als ich! Ich hab dir einen Boliden, Junge! Boah, mit dem komm ich überhaupt nicht klar von der Steuer rum! Das ist mega geil! Ich mag den aber nicht von der Steuer rum! Aber der liegt nicht so gut in Lankur! Das stört mich ein bisschen! Ich mag lieber den Nostalghia, den ich hier hab! Give it to me, Baby! Aha! Aha! Er hat mich überfahren! Fuck you! Jesus! Schwein! Die sind einfach scheiße! Scheißendreck! Oh, wow, wow, wow! Oh, scheiße! Jetzt kommen Dings! Auf dich zu... Ah, ne! Auf die anderen! Ach, geil! Bin ich wieder zweiter! Boah! Da hab ich die Bombe schon mal ausgetrickt! Alter, das Spiel... Das Spiel tickt dich, glaube ich! Wow! Da sieht man mal, wie gut der hinzukommen ist! Stopp mal! Stopp mal! Stopp mal! Ist was? Ja! Etwas freisamer und ich will dazu! Haben wir ja! Ja, damit etwas freisamer und ich will dazu! Ja, damit etwas freisamer und ich will dazu! Okay, weiter! Ich bin extra rechts rangefahren! Ich war gerade von der Bombe! Fick dich doch! Ins Knie, Wario! Ich fuhr gerade von der Bombe... Richtig hart! Oh, scheiße! Vorsicht, Bombe! Nein! Fick dich! Fick dich ins Knie! Du kreckliche Bitch! Na! Es ist Didi-König! Na! Es ist Didi-König! Der Didi-König, der Didi-Konig. Eil Joghurt, der Didi-Dit-Dit. Ja der Dida-Sang.. Richtig! In den Arsch, richtig Hardcore Anal. Anal ist Hardcore-Lieb. Oh nein! Oh nein! So richtig krass! Das ist eine Annapha! Das ist eine Annapha! Alter, kommt der da um die Ecke, ey! Den sollte man nur einsperren! Und dann noch ein Verschwagen! Von Edeka! Wir lieben Lebensmittel! Werbe! Wir lieben die Lebensmittel, aber... Wir lieben! Ersche Titten Fanpost, weißt du noch? Weißt du noch Ersche Titten Fanpost? Ja, das weiß ich noch! Jetzt müsst ihr euch mal unbedingt auf Facebook reinziehen! So! Und damit verabschieden wir uns wieder! Bis gleich! Bis dahin!